Diese beiden gehen wieder getrennte Wege. In der Showclub der guten Laune lernten sich Jenny Elvers, 50, und Marc Terrenzi, 44, näher kennen, und schließlich auch lieben. Nachdem es in der Reality-Show schon zu knistern begonnen hatte, bestätigten sie nach den Dreharbeiten ihre Beziehung. Doch nun ist zwischen ihnen schon wieder alles vorbei, Marc hat die Trennung von Jenny bekannt gegeben. Mit Bild sprach der Sänger über das Liebes aus. Offenbar gehen die zwei schon etwas länger getrennte Wege. Wir haben uns vor Wochen getrennt. Aber ich will sie unterstützen, daher habe ich geschwiegen. Die vergangenen Wochen waren nicht einfach, erklärte Marc ehrlich. Er sei sich sicher, dass es so für beide Parteien besser ist. Es war die richtige Entscheidung, das zu beenden, damit jeder mit seiner persönlichen Situation besser umgehen kann. Zwischen den beiden TV-Stars scheint aber kein böses Blut zu fließen, denn Marc beteuerte, dass sie noch immer in Kontakt stehen. Wir mögen uns und reden miteinander, führte der 43-Jährige abschließend aus. Jenny hingegen wollte sich noch nicht zu der Trennung äußern. H 기fe am Coke. Trotzdem halten die Menschen Ihre behauptung. Dr Studienzikum sonoostit, frgemede die Esrne, demauthentello zu haben.